heute mit einem neuen video und zwar ich war in schrecks ein hotel und es war einfach nur guckt euch das an das video ist bombe viel spaß mit dem video und folgt mir gerne auf twitch link ist in der beschreibung und auf insta und so und auf tinder oh hello there welcome to schrecks hotel how can i help you hi gonna get a room for five nights please okay five nights at shrek second floor zweiter zweiter stock so junge alter was haben die mitte haben die mit ihm gemacht der war der lustigste man bei schreck was war das gott aber das ist jetzt mein mein zimmer ne i need to go bathroom before i sleep ok erst aufs klo würdet ihr euch wohlfühlen bei so bei so einem großen bad alter erstmal kacken gehen leute ich habe jetzt mit ohne hände waschen rausgehen ja guck nicht so digger sorry ich habe durchfall bro so end of night one night two can you see the box on your back please take them upstairs to the first room ok wo sind die boxen hier ok dreimal muss ich jetzt hochlaufen digger hoffentlich sind es 20 euro die stunde world don't go and sleep now i will pay tomorrow good night ok danke ich muss schon wieder kacken digger es tut mir so leid es tut mir so leid schreck ja ja sorry man sorry so hier war mein zimmer oder ok gute nacht freunde ich träume anscheinend nicht gut ich habe von dir geträumt digger waren richtig schöne träume wir beide waren im bett ich hoffe ich arbeite nicht mehr für dich du sitzt hier und machst hier gar nichts i want you to take the boom from the room you put the boxes in yesterday and start cleaning the bathroom floor with it please wer ist hier der gast ich oder er da muss ich alles sauber machen man es kann aber es kann aber auch daran liegen weil ich daneben gekackt habe das kann natürlich auch sein so what the fuck you okay okay hat es gereicht oh ey der hat mir schlüssel da gelassen schreck abis weg ich glaube da wartet auf mich in meinem zimmer weil ich habe ja auch süß von ihm geträumt ich kann doch ich kann doch schlafen das ist noch alles gut run and don't look behind you okay okay ich habe aber einmal geguckt oh mein gott ich habe angst oh holy shit ich habe von schreck aber wie noch mal süß geträumt Junge was war das für ein kranker scheiß so oh it's midnight sir why are you still awake ja bro alter ich habe geträumt Junge du bist auf mich gesprungen i just had a nightmare again but by the way where where were you you were gone after i cleaned the bathroom i'm sorry i had to go to do something and i have checked the toilet it was very clean thank you kein problem aber ich muss den jetzt wieder dreckig machen ich muss mies kacken bro go and sleep now it's midnight okay aber wehe du wartest im bett auf mich wehe oh okay alles gut aber bitte nicht träumen ach du schau der ist wütend bro oh mein gott warum was ist los hallo was guckst du so is everything okay yes yes everything is okay there's just a small issue issue with lights which will be fixed soon all right then is there anything you want me to do for you today no i mean yes are you scared of blood yeah vielleicht no why are you asking go and take the broom again and clean the mess in the bathroom oh mein gott Junge was hast du gemacht alter schreck was hast du gemacht ey wie hieß denn nochmal die frau von schreck er hat sie umgebracht ich sag's euch hörst du zu gucken man ich mach deine scheiße weg jetzt was hast du das what the fuck is going on here i should get the hell out of here now nein erstmal müssen wir das sauber machen Junge du kannst die toilette doch nicht einfach jetzt hier so dreckig lassen ja ich bin schon wieder in den backroom alter wir waren doch schon mal hier ja ja sorry ey 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 ciao das sind tatsächlich die backrooms ey wirklich lass uns mal unter vier augen reden ja es tut mir wirklich leid ich hab dein leben gekackt ja ich hab's getan die leiche interessiert mich gar nicht was guckst du da eigentlich so let me fucking go you fat green und dann noch rassistisch i'll let you go if you win my challenge collect 40 onions for me or else i will make rock out of your skin you have one minute fuck you shrek move your ass or i killed you okay ey ey 40 ringe also 40 äh zwiebeln Junge was ist das für ein spiel das schaffe ich niemals ja Digga das schaffe ich niemals man so ein schmutz das объяс oh 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 mein gott oh mein gott ich brauche nur vier zwiebeln nein da hängt eine 2 zwiebeln nein da hängt auch ein da ist doch eins thank you all for playing this game took me 217 hours to make oh